Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Dämmerung und Spitzenreiter. Bisschen spät, ich weiß, aber jetzt gibt's die Wendigo. Gehen wir gleich mal kurz schnell rein und ja, viel Spaß mit uns zu gucken würde ich sagen. Ich rede jetzt mit den anderen, ihr hört die nicht, ihr hört nur mich. Und ja, los geht's. So, soll ich starten oder was? Ja, ne? Ahem. Ah. Hey, der Auserwählte und sein Geist. Willst du immer noch das Universum retten? Nur das Riff. Die Entflohenen bringen die Region in Gefahr. Ihr erklärt mir das dann gleich, ne? Erstmal keine Bomben entschärfen gleich, dann okay. Das Gefühl nicht erhalten, heißt euch willkommen. Ja. Sag dann Bescheid, wie wir's machen mit den Minen entschärfen. Ja. Also erstmal keine Minen auf dem Minenfeld drauf stellen, ne? Ich will auf, ich will auf, hm. Doch. Doch, doch. Ich bin drin. den finnisch habe ich drinnen schaffen wir den gefangenen transport aus dem weg die zellen blöcke sind weiterformen also weil es klappt dann machen wir das auch ich habe schon lange nicht mehr richtig gespielt hier so ein spitzenreiter kram das ist das erste mal jetzt dieses season auch geht auch Tja, 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 Tja. Ja, mach mal Finisher. Ist echt gut mit dem Finisher hier. Ich muss erst mal ungewöhnt, dass ich Warlock spiele. Scheiße, wenn wir springen hier. Ah, keine mehr. Oh, wieder schwere. Ach, keine mehr. Ja, ich muss nur eigentlich einiger Sachen lassen, noch viel kaufen und so. So, sagen wir mal, im Shop. Muss ich mal ne Rüstung komplett schon mal kaufen und so was alles. Proben wir gleich an. Ja. Ja. Ne, Brunnen brauchst du doch Bescheid, ne. Das muss ja um, um ändern hier mein Spielballball. Oh yeah. Ja, ich brauche, ich brauche noch, das ist äh, die Herausforderung brauche ich noch hier. Brunnen? Braucht die Brunnen? Ach, das ist doch so close. Braucht die Brunnen Colorado. Ball 계 Oh, ich bin hart. Oh. Bleiben wir hier oder was? Zurück. Oh, ich bin hart. Äh, bleiben wir jetzt hier auf der Seite hier oder nicht? Bleiben wir jetzt hier oder nicht? Soll ich Brunnen wieder stellen? So. Na, shit. Na, verdammt. Hab ich nicht Brunnen eingesetzt. So, wir gehen jetzt da oben vor. Okay. Okay. Alles klar. Bescheid. Ich kann nicht Klo aufstehen. So würde ich nicht. Ja, warte. Ach, shit. Na ja. Passiert. Ja, Muni hab ich genug erst mal. Nein, jetzt bin ich nicht einmal angeblitcht von euch. Ich kann die Granaten nicht schmeißen. Geil. Oh. Geil, ich hab auch den Mordor komplett geplündert gehabt. Vorher hab ich nicht mehr. Ich hab die ganzen waffen Warners und konstruiert. Da ist nichts mehr drauf gehabt. Hier haben wir noch nicht. Oh. Oh. Wollte ich gar nicht. Ja. In Galarum geschossen. Wollte ich gar nicht. Egal. Wunder 1. Vernichtet sie. Ein für alle Mal. Wo ist denn der? Ich seh ihn gar nicht. So, wie zählt. Boah, ja. Uh. Ja, warte. Wieso kommen wir mir keine... Ich bin das stimmig mal jemand anders. Irgendwie hat das für mich gar nicht geklappt. Boah. Shit. Nicht in der Mitte stehen, okay. Sie wurden ausgeschaltet. Ihr nicht. Den wen? Den SP-Jahr oder was? 102. Entschärft mich. Ja? Oder ihr werdet eliminiert. Oh. Was war das denn? Okay. Ich würde eigentlich finishen, aber hat nicht ganz funktioniert. Ach. Ne, der Brunnen braucht es doch nicht Bescheid. Okay. Raubstellen. Noch nicht. Okay. Ja, ok 1 auf C, ok Hat die anderen zu mir eine Überladung? Ich habe keine Überladung Ja Da Ihr seid in der Kontrunde Ein müchtiger Kabalkrieger, folgt euch heraus Wow Äh, da unten, wie machen wir das vielleicht da unten? Seid stolz Ihr habt das Gefängnis Ich brauche voll, weil mein Wohnen ist noch nicht fertig Das dauert aber noch, bis der Wohnen fertig wird Äh, 3 Viertel Oder, ja, 2 Drittel Ok Schatz wartet Er ruft euch, ja? Ich will ja nicht gleich an die Tore gehen Ihr habt gekämpft Ihr habt gewonnen Euer Schatz wartet auf euch Äh, dann Hm Ja, ich habe das schon lange nicht mehr geschmiert hier Spitzenweiler, schon ewig 100 Tage her Ja Mein Brunno ist noch nicht fertig Den machen wir jetzt als erstes weg Ja, der rennt da ja gerade weg Ja, der rennt da ja gerade weg Ich hab noch 5 Äh, Brunnen stellen wir dann, machen wir das Machen wir das Okay Okay Ja, ja, kass Ich gehe gleich hin So Achso, du bist schon da Ja Ja Links den Brunnen Wohin? In der Mitte, okay Ein alter Freund ist hier Ein alter Freund ist hier Das Urteil Und die Welt Wohl, Striegel Die Hüte der Abba So Was für eine Gaunerei ziehst du hier ab, Baggerbunt Du hast doch immer Schwindel ein am Laufen Das ist keine Gaunerei Die Platen aufgeschlossen Mein Hüter hat gerade eine kleine Armee vernichtet Um eine der Hüter zu eliminieren Hast du eine Armee? Sei vorsichtig, wem du hier drohst Ich wollte nur einem meiner Lieblingshüter helfen Darf ich das etwa nicht? Ich dachte, dass hier sei ein neues goldenes Zeitalter Wir sollen doch alle den Zeitalter Ich habe nicht Ich habe nichts davon Ich habe ja Kompensator Schnellschüsse Umgebungsgranaten Mini Splittergranate Kettenreaktion Rühige Hände Messsucher Betäubungserholung Rechtfertigung Entwicklung der Vorhut Und Unwohl- und Flüssigkeitsdynamik Also eigentlich nichts, was ich gebrauchen kann So wirklich Ah gut Moment Jo, warte, warte, warte Ja, das war Spitzenreiterie Die war ziemlich easy so Einfach, so könntest du dir das mal machen Um Wendige zu farmen Ist ja nicht mehr viel Zeit Neues Season fängt bald an Deswegen müsst ihr zusehen, was ihr das noch fertig kriegt Danke fürs Zusehen, reingehauen Danke noch ans Team Und dann bis zum nächsten Mal Danke für den Support Tschüss